Hallo, hier ist Martin von Money Money Case, das ist die Dachsanalyse für Montag den 27.06.2022 und wir haben am Freitag über diesen bullischen Keil gesprochen. Das ist Keil und das sind diejenigen, die den Keil nicht gesehen haben. Nein, was haben wir mit Keil gemeint? Das ist trotzdem ein kaltes Bild, ja, aber bullischer Keil, die Formation hier, hat man gesagt, die kennen wir im DAX, die haben wir vor ein paar Tagen schon mal gehabt, nämlich in gleicher Form hier. Da ging es am nächsten Tag dann erstmal wieder bis Keil Ursprung zurück. Keil Ursprung war damals die 13.600, diesmal die 13.200 mit kleiner Option auf diesen Gap-Close bei 13.250. Er hat das jetzt synchron quasi wieder voll gemacht, diesmal aber ohne einen Gap stehen zu lassen, das muss man auch betonen. Das letzte Mal war dadurch so eine kleine Magnetwirkung noch, weil immer noch unklar war, macht er jetzt nochmal das Gap vorher zu oder nicht und dann ist er ja so ein bisschen durcheskaliert und das hat er jetzt nicht auf der Seite. Das heißt, er hätte jetzt tatsächlich sogar ganz gute Chancen, sich aus dem Abwärtstrend etwas zu befreien, weil das ist nicht viel Kraft, die es ihn jetzt erfordern würde, da rauszukommen und er könnte jetzt sogar probieren, eine kleine Insellücke zu stellen. Sollte er nämlich über 2.50 eröffnen und das Gap nicht direkt schließen, dann hätten wir hier unten quasi eine Insel stehen, die von einem Gap reinwärts und rauswärts dann umgeben wäre, ohne dass man quasi dazwischen einen Strich ziehen kann. Und ja, die Möglichkeit hätte er. Sollte er das tun, sollte er über 13.250 eröffnen, vielleicht im Bereich um 13.280, wäre dann natürlich das letzte markante Hoch im Bereich um 13.445 der nächstinteressantere Punkt. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Bleibt er jetzt hier dran, wickelt er sich jetzt hier auch noch weiter hoch, über die 2.50, 2.80 drüber, hätte er Tendenzrichtung wieder 3.60, ist so ein Untergeordneter, die wichtige Marke, 3.90, 4.45. Das wäre für den Montag eigentlich erstmal ein ganz gutes Programm. Alles was höher geht, hätte dann tatsächlich schon wieder 13.600 und auch hier Gap Close 13.785 im Visier. Ja, da ist die Oberseite. Reicht natürlich jetzt nicht zu sagen, hey hier, Keil, übrigens mit Keil meine ich wirklich ein Keil, ja, also eine Verkeilung, ein Aufeinanderzugleiten von Linien, aber da es auch den Namen gibt, Keil, dachte ich, kann man das gut übereinanderlegen. Ist aber rum, ich glaube, ihr habt das auch verstanden. Wichtig ist, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass es nicht ausreicht, nur auf der Oberseite zu gucken, denn wir sind nicht im Bullenmarkt, das muss man auch betonen. Ja, also wir sind nicht in einem krassen Aufwärtstrend, der hier völlig am Eskalieren ist, von allen Allzeithoch zum anderen, sind wir nicht. Wir sind durchaus in einer Marktphase, in der der Markt doch immer wieder so nach unten so eine kleine Klatsche reinkriegt, wo man sich sagt, naja, kommt vielleicht 50 Punkte zurück, macht einen Rücklauf und steigt weiter hoch und buff, legt er wieder 200 Punkte tiefer, buff, legt er doch wieder tiefer, buff, macht er unten wieder ein Gap zu und buff, ist er dann wieder unten an einem neuen Tief dran. Und von daher würde ich schon sagen, reicht es nicht, pauschal zu sagen, hey, das sieht gerade gut aus, das sieht gerade nach einer Umkehr aus, sieht auch ein bisschen nach einer W-Formation aus und so weiter und so fort. Wir haben übergeordnet vielleicht sogar einen kleinen Doppelboden stehen. Das sind alles so Anzeichen, die dafür sprechen würden, dass er in eine ausgeprägtere Erholung erstmal gehen kann, aber sollte der am Montag unterhalb von 1,50, 1,60 arbeiten, dann würde ich schon mal skeptisch werden. Ja, weil dann, erinnert euch hier, Keil, das ist der bullische Keil, aufgelöst nach oben, klatsche. Bullische Keil, aufgelöst nach oben, so, und jetzt entweder klatsche oder in die Hände klatschen. Also, ne, ich würde das bloß ein bisschen vor Augen halten. Ich denke, es spricht mehr dafür, dass er sich oben rausgewackelt kriegt, so, wie er es auch die letzten Tiefs angenommen hat, wie er das verteidigt hat, auch die Tatsache, dass wir hier, wo wir gefallen sind, das ausschließlich Verfall war, Verfallswoche war, ja, und nach der Verfallswoche der DAX sich doch deutlich robuster, deutlich stabiler, halt sogar eine grüne Wochenkerze hingestellt hat jetzt, also deutlich entspannter unterwegs war die ganze Woche über, als das noch in der Vorwoche war. Nichtsdestotrotz, geht der unter 1,60, geht der unter 1,50, wäre ich erstmal ein bisschen vorsichtiger. Ja, weil ich sage, bullische Übertreibungsspielräume, schnelle Bewegungen, druckvolle Anstiege, ne, wo jeder kleinst Rücklauf direkt nach oben gezogen wird, das passiert ja alles erst oberhalb von 2,85, 300, da drüber. Ja, und wenn der hier unter 1,60, unter 1,50, ah, das wäre mir zu, ah, das hätte wieder zu viel, dadurch, dass wir im Abwärtstrend sind, wäre das dann ein tieferes Hoch, nach den Hochs, ja, Hoch, dieses Hoch ist tiefer, dieses Hoch ist tiefer, das ist die Definition eines Abwärtstrends. Tiefere Hochs und tiefere Tiefs, hier ist das Tief, da ist das Tief, da ist das Tief, da ist das Tief. Das heißt, die Tiefs fallen und auch die Hochs fallen. Geht der dann jetzt wieder in den Rückwärtskrank, wäre in der Konsequenz eines Abwärtstrends dann auch ein tieferes Tief als nächstes dran. Ja, und deswegen wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig, wenn der unter 1,60, unter 1,50 irgendwie da rumkaspert, weil der kann ganz, ganz, ganz schnell wieder bei 13,60 stehen, 13,50, kann auch ganz schnell wieder bei 13,000 stehen und wenn die dann nochmal wegknackst, dann kriegt der auch neue Tiefs hier rein, bei 800, 6,65 und so weiter. Ja, das würde sich erst ein bisschen entspannen, wenn da tatsächlich dann auch hier mal ein höheres Hoch steht. Ja, wenn er grundsätzlich diese Abwärtstrendbewegung einfach aufbricht nach oben, dann wird er deutlich positiver. Also könnte man fast so sagen, oberhalb dieser lila Linie hier wird der Markt wieder deutlich positiver. Ja, hier muss man schon sagen, irgendwo sollte noch ein bisschen vorsichtig mitschwimmen. Also ich würde nicht zu euphorisch rangehen, auch nicht zu optimistisch. Es stand hier erstmal nur eine Gegenbewegung im Abwärtstrend. So muss man es bewerten. Es spricht viel dafür, dass wir das hinkriegen, dass der DAX es hinkriegt und hier raussteigen kann. Ich kann mir das auch gut vorstellen, aber man sollte nicht zu optimistisch und nicht zu selbstsicher auf der Oberseite rangehen. Das ist meine Meinung zum Montag und von daher wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.